So, grüß euch leidln mit am Schnitt, ich hab heute bestimmt das auch nicht gemerkt, blablabla müsst ihr es gar nicht wissen es geht einfach weiter mit der euch tötenden Frau Samosaran also genau genau genau, da können wir jetzt mit Bomben hin und blablabla auch voll aufgeladen weil ein Charge-Beam-Schuss macht gleich viel schaden wie ein Missile auf dem her ist es für die No-Missile-Challenge relativ wichtig, weil im späteren Verlauf haben die Gegner auch also also ich finde es nicht ganz so schlimm, aber die sind die dauern extremst lange ohne Missile weil die drüber springen, da muss man bestimmten Punkt haben, hab ich geübt viel geübt mal und mal 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 Musik gibt, die gehört dazu. Zur Zeit brauchen die Gegner auch mehr Schüsse und wir sollten die aber speichern. Also was muss man geübt haben? Ich bin ja mit dem Fast Forward, kann ich dem Emulator auf 600% auf sehr viel Geschwindigkeit präger, ich glaube. Also jetzt mit dem Fast Forward, glaube ich 600% für eine normalen Geschwindigkeit in 5 Minuten oder so konnten wir sonst holen, aber ich will es jetzt schon. Lebenmangel. Jetzt könnten wir uns auch gleich holen. Ja, holen sie uns auch jetzt. Wir konnten jetzt wegen Lebenmangel sterben, aber wir holen sie uns einfach jetzt. Wenn wir in die Lava reinkamern, haben wir relativ tot. Das sind die typischen Metroid Auffüllstationen. Die werden wir noch oft benutzen. Na ja, in einem sehr späten Punkt. Jetzt mal das mache ich. Ja. In einem sehr späten Punkt also waren wir den... Das ist ein Remake und es hat Content dazu gekriegt. Das zum Beispiel war nicht im Original. Es ist halt ein... Ein Metroid ist 1986 aus der Kamer und Metroid Zero Mission 2004. Also es hat so gut wie alle Elemente, die dann in späteren Metroids kamen, hat es übernommen. Fähigkeiten technisch jedenfalls. Ich glaube jetzt so viel Leben können wir überleben. Wir haben nichts gekriegt. Wir haben nichts gekriegt. Wir haben nichts gekriegt. Wir haben nichts mehr vom LP was aber... Jetzt haben wir zur Zeiten... Kriteria. Zur Kriteria werden wir nochmal hinkeimen. Da ist ein Aussagen. Und dann Fisch. Metroid Fusion, weiß ich nicht ob wir das...